Ja, wir sind mal wieder mit dem Saarjockel unterwegs und ja, warten wir noch eine Sekunde bevor er drin schmeicht. Banditenlager, ja, direkt hier sieht man schön in Austin, südwestlich von Amadillo. Das ist eigentlich wieder dasselbe, wie wir eben waren. Ja, diesmal dann einfach mit besserer Kartübersicht und mit besserem Gebäude. Ja, okay, na. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie der hier mit Dynamit um sich schmeißt, wie so ihrer. Darf ich? Ja, darf ich. Ja, ich habe kein Dynamit mehr, ich muss. Ja, dann schmeißt er mit Brandsätze, wobei, ich glaube, da hat er jetzt nicht mehr anstimmig gebrochen. Aber ist egal, hauptsache es brennen. So, planlos in Seattle oder so ähnlich. Na toll, jetzt steckt er mich hier noch in Brand. Naja. Ich mache nichts, ich habe gar nichts mehr geworben. Ja, ich habe es jetzt erwischt. Oh, du Jockel. Naja, du hast ja alles in Brand gesteckt. Oh, jetzt brenne ich arg. Naja, ich habe ja nicht gebrannt. Naja, das macht Spaß. Natürlich wieder mit spitzemäßiger Leistung. Naja, was das ist. Was? Naja, ist ja logisch. Da brennt alles. Irgendwann gehen diese Dynamitfässer halt hoch. So, wo sind sie denn? Äh. Naja, sagen wir mal. Ja, was ist denn da? Ich kann das gleich wieder da. Ja, am besten immer in der Kopf schießen. So, versteckt ausgeräumt. Und, äh, ja. Soviel dazu. Wir flühen doch jetzt noch in Ruhe. Wir sehen, es brennt schön. Ähm, ja. Aber wir flühen doch ein Schiefer, gell? So lohnt sich trotzdem immer. Ja, ich gebe immer ein bisschen Geld und anderer Scheiß, dann immer so hin. Aber hier sind jetzt gerade schon wieder die Leiche verschwunden. Ja, das ist man schon, weiß ich auch nicht. Gut, doch können wir es vielleicht sehen, weil sie zu verbrannt sind. Ne, das war ja die außerhalb vom Lager. Achso, Auszeichnung 1000 Gegner geblündert. Hand ich wieder. Fertig. Super. Konnte ich auch wieder zurücksetzen. So, euch viel Spaß beim Lager ausräumen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Morgen. Danke fürs Gucken. Bye, bye. Google. Google.